für den nächsten folge könnt ihr an irgendeine blüte oder irgendein gebiet gehen wo wir feiten können warum mache ich das ganze an einer blüte ich mache das hier im theater es ist völlig egal welche blüte es kann auch hier ganz am anfang irgendein blüte sein das ist völlig egal wie ich schon sagte es kann auch eine ini relativ ja wir müssen einfach nur feiten es kann auch das hier sein dass es völlig egal ich mache das ganze an dieser blüte und zwar müssen wir folgendes machen wir gehen hier rein und müssen einfach nur einmal ein fight gewinnen und zwar mit einem team was aus dem hauptrat der besteht wo ist sie denn da ist sie sie muss hier sein und ein glühwürmchen müssen wir hier reinpacken ich hoffe irgendwann aus meinen freunden hat glühwürmchen ja eigentlich haben wir sie ich nehme sie auch mal vom fremden kommen aber einfach mal jetzt müssen wir sie noch finden sich sicher kommt das könnte bisschen knapp werden machen wir so so die beiden sie und euer hauptarakter müssen in einem team sein und ihr müsst diesen effekt gewinnen wir müssen hierfür nicht machen theoretisch sollte das jetzt eigentlich ruck zuck das wäre es auch schon gewesen da ist unsere errungenschaft genau genau hier ist ich danke euch für zuschauen tschau tschau bis zum nächsten mal